Ja, heilu, Christian Hentschema, Patrick Holt, Beziehungscoach, Spielungschiologe. Ja, heute wollen wir mal wieder, weil ich habe mir schon gedacht, dass es kamen doch einige Nachrichten wieder mit Humildesign. Darf man natürlich nichts gegen, oder was heißt gegen, sagen. Ich komme gerade frisch von einer Joggingrunde und dachte, ich mache da doch nochmal was zu, auch zu diesen ganzen Labels und Sachen, die da so rumschwirren und auch diese Sehnsucht nach Labels. Jetzt, was ich gerade, finde ich gerade total spannend in der Gesellschaft. Genau, ersten, wollte ich mal sagen, geht wieder los, Selbstliebe-Challenge bei mir. Manifestation-Challenge tatsächlich und die Anti-Drama-Challenge, wenn ihr mitnehmen wollt. Und ihr könnt euch anmelden für meine Ausbildung, Einzelpaar und neu haben wir eine Dating-Coach-Ausbildung. Gut, genau, ich hatte ja gestern was gesagt zu dem Zitlo und Human Design, was er da verkauft. Und ja, ich bin jetzt hier auch mal auf Wikipedia und zum Human-Human-Design. Und genau, schauen wir mal, was da so steht. So, Human Design ist Bezeichnung für ein esoterisches Konzept, das ein nicht-psychologisches, persönlichkeitsdiagnostisches System sein möchte, welches die individuellen Dispositionen eines Menschen über den Zeitpunkt der Geburt definiert. Human Design verarbeitet dabei die esoterischen Systeme Astrologie, Igeng, Chakrenlehre und Kabbalah. Zudem behauptet Human Design wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen Genetik, Astronomie, Quantenphysik, bei Quantenphysik bin ich eigentlich immer schon raus, und Biochemie zu berücksichtigen. In der Wissenschaft findet Human Design eigentlich keine Anerkennung. Hm, hätte das gedacht. Geschichte. Alan Robert Krakauer veröffentlichte 1992 das Buch Das Human Design System unter dem Pseudonym Ra-Uru-Hu. Ja, 1987, als das Licht der Supernova SN 1987a nach, steht hier wirklich, nach rund 157.000 Jahren, die Erde erreichte, hatte er nach eigener Angabe im Zug an einer mystischen Erfahrung die Eingebung einer außersinnlichen Intelligenz erfahren. Ich meine, wir waren nicht dabei, das kann ja sein. Ich finde auch, wenn man für sich so Erkenntnisse hat und sagt, ey, für mich stimmt das jetzt aber, ich hatte, die sind jene Erfahrung, also ich würde nie eine persönliche Erfahrung unterfragen. Das Problem ist, wird immer, wenn man ein allgemeingültiges System rausmacht, so, ne, dann, was nicht überprüfbar ist, so, ne. So, laut Krakauer wird das Human Design dadurch festgelegt, dass Neutrinos, also es geschieht wirklich, Neutrinos, also für die Physiker oder Nicht-Physiker unter uns, Neutrinos wechseln, wirken eigentlich mit gar nichts im Universum, und die fliegen einfach durch die Erde durch und es werden riesige Anstrengungen unternommen, Neutrinos einzufangen, riesigen Wassertanks da und, und, ja, und dass die jetzt auf einzelne Gene wirken, ausgerechnet Neutrinos, ja. Neutrinos, unsere Gene zum Zeitpunkt unserer Geburt und am 88. Tag, dem Tag, nachdem Martin nach seinen Vorstellungen die Seele in den Körper gelangt, prägen. Der 88. Tag, also wie kommt man jetzt darauf, bezieht sich auf die Umlaufzeit des Merkurs sowieso. Leute, Leute, ich lasse mich mal sowas einfach raus, sorry. Also, ich bin ganz, wirklich super offen für persönliche, habe ich ja auch geschildert neulich, persönliche Erfahrungen und, wie gesagt, aber daraus jetzt Seminare anzubieten, die für viele tausend Euro angeboten werden, ja, haben wir vielleicht ein klitzekleines Fragezeichen. Also, das Problem mit solchen Sachen wie Human Design, wie gesagt, das ist, darf man natürlich nicht sagen, ich habe gesagt, es ist wie ein Horoskop, aber es ist es. Es wird anhand deines, oder eine Numerologie, gibt es auch verschiedene, es wird anhand deines Geburtsdatums, werden bestimmte Aussagen getroffen, so. Ich meine, dass es nicht wissenschaftlich ist, also, ich muss jetzt nicht drüber reden, aber man kann jetzt natürlich sagen, ja, es ist ja nicht alles wissenschaftlich untersucht. Ja, stimmt, ne, also, als ich damals Neuropsychologe in der Neurologischen Klinik gearbeitet habe, ja, haben wir viel dieses Computertraining gemacht für Leute, die so Hirnschäden hatten und, ja, das war damals, ich glaube, heute ist das, wie ich das so sehe, was ich an E-Mails kriege, ist es, glaube ich, scheinbar gibt es da Prüfungen und es ist, ähm, zahlen teilweise sogar die Krankenkassen und was weiß ich, ähm, ja, das war es damals nicht, aber es war absolut logisch nachvollziehbar, warum es funktionieren sollte eigentlich, so, ne, also, warum es, äh, Gehirnfunktionen verbessern sollte, so, ne, also, deswegen, wenn irgendwas so nachvollziehbar ist, äh, ist ja auch noch okay, weil du weißt es halt nicht, ne, du weißt es nicht. Äh, es hat sich irgendjemand ausgedacht, und das kann mir wirklich keiner erzählen, äh, genauso wie mit, ähm, Horoskopen, dass es irgendwie nachvollziehbar ist, das ist, es hat sich einfach jemand ausgedacht, warum gibt es zwölf, warum gibt es nicht 14, 15, ähm, Sterne haben sich auch weiter verschoben, warum sind es immer noch die gleichen, äh, Sternzeichen, und, ja, es kann es natürlich trotzdem sein, also, ich muss auch sagen, damals, als, äh, meine Coach mit mir mal so ein Human Design gemacht hat, ja, da waren spannende, absolut spannende Aussagen drin, zum Beispiel, worum viele, äh, also, ich finde schon, dass viele Leute total viel auf mich drauf projizieren, in jeder Hinsicht, ähm, und da gab es eine Antwort für in diesem Human Design, so, ne, ähm, also, dass irgendwelche, äh, Zentren nicht definiert sind bei mir, keine Ahnung, ja, schön, und dann, so, ja, das ist eine interessante Info, und auch, ich finde es auch, wenn das in so einem 1 zu 1, ähm, ich meine, darüber redet, und ach, das ist ja spannend, und, äh, wunderbar, so, ne, das ist genauso, habe ich auch gesagt, genauso wie du eine Tarotkarte ziehen kannst, du musst auch nicht an Tarot glauben, oder so, du ziehst sie, und, ja, das sind archetypische Symbole auf diesen Tarotkarten, du ziehst sie, ähm, du liest es durch, und versuchst dann für sich einen Sinn rauszumachen, und du kannst manchmal auch sagen, ja, äh, es gibt ja keine Zufälle, und diese Karte sollte ich ziehen, ja, aber da bist du immer noch in deiner eigenen Welt, wo du deine Umwelt manifestierst, so, und ich würde auch sagen, wenn, äh, das würde ich sogar sagen, wenn du bestimmte Aussagen bekommst von irgendjemanden, äh, ich würde eher sagen, das hast du dir auf irgendeine Art mit manifestiert, als so, als das da so irgendwelche Channeling zu machen, du weißt es halt nicht, das sagt dir jemand, das ist gechannelt, aber du weißt es nicht, du weißt es nicht, ne, du weißt es nicht, und ich würde sogar eher noch mitgehen, zu sagen, wenn jemand sagt, du bist so und so, dass du es entweder selbst hören wolltest, oder, äh, oder die ganze Situation selbst manifestiert hast, so ein bisschen, da würde ich sogar noch eher mitgehen, und da würde ich auch gerne nochmal gleich drauf kommen, dieses sich selber, ähm, wieder, äh, an seine eigene Kraft glauben, ne, an seine eigenen Gestaltungsfähigkeiten hier im Leben glauben, ne, weil das, es hat auch gestern jemand geschrieben, das wird im Unternehmen gemacht, wo man die sein kann, kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, außer das ist irgendwie, weiß ich nicht, Tarotkartenhersteller oder so, keine Ahnung, kann ich mir schwer vorstellen, aber vielleicht wird es gemacht, aber was meint die Leute, wie viele Sachen Unternehmen gemacht werden, die keinerlei wissenschaftliche Basis haben, ähm, schon Sachen, die nachvollziehen, also, es ist, nehmen wir mal diesen 16 PF-Test, das ist auch, der ist auch nicht belegt, so, aber er ist vielleicht irgendwie nachvollziehbar, dass wenn, also er ist nicht belegt, so, dass es diese 16 Faktoren tatsächlich gibt, so, ne, weil alle Sachen deuten darauf hin, dass wir ein Fünf-Faktor-Modell haben, so, ne, was man vielleicht noch anbauen kann, aber kein 16, ne, aber ja, klar, wenn ich jetzt eine Frage beantworte von, äh, ich gehe gerne Drachenschirm fliegen oder kiten oder was weiß ich und dann kommt es wieder raus, oh, du bist der Abenteurer, kann man irgendwie nachvollziehen, ne, es ist ja, also es ist ja klar, da ist der Test, da sind die Fragen, aber es ist nicht so eine absolute Blackbox wie so eine Human-Design-Geschichte, so, ne, und, äh, und mich dann noch, äh, sie, ich habe gestern mal die von, ähm, Aline Schult, was kann man, weiß nicht genau, ob man den Namen jetzt ausspricht, aber der Frau von Julian Zitlow, wo sie dann gesagt hat, äh, wir haben beide, äh, irgendwie, wir haben beide, ähm, ne, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, ne Milz-Obstruktion oder Instruktion, ne Milz, oder wo ich dachte, ey, boah, boah, es ist schon, ja, Milz ist so ein Ding im Human-Design, ähm, aber das ist auch, also, man muss doch erst mal sagen, es ist total random, das kann man natürlich, es kann natürlich sein, das ist wirklich ganz toll und es stellt sich über einen langen Zeitraum raus, äh, ja, also ne, Human-Design ist jetzt wirklich das Ding, ja, okay, aber, äh, das kann man jetzt nicht so machen, indem du, das ist genau wie mit Horoskopen, dass du Leuten so ihre Readings vorliest und die sagen dann, ja, ne, das, das, äh, das passt jetzt total auf mich, weil, ich meine, das ist halt dieser Barnum-Effekt, ne, äh, und das bestimmt eine ganz tolle Sache, also solange man das wirklich so ein bisschen locker nimmt und sagt, ach, das ist ja spannend und daraus irgendeine Erkenntnis ist, wie gesagt, genauso gut kann man Tarotkarten legen oder, aber ich kenne halt viele Leute, äh, hab viele Leute kennengelernt, die sich da komplett dran verfangen, so, ne, die dann, die machen dann so eine Pseudo-Methode nach der anderen, äh, das bringt aber keinen richtigen Nutzen, da wird die nächste ausgepackt, die nächste ausgepackt und, äh, du bist womöglich irgendwann einen Haufen Geld los und, ähm, ja, bist halt immer noch nicht viel schlauer, außer dass du jetzt tausend Label hast, so, ne, und, ähm, da kommen wir auf den nächsten Punkt, äh, habe ich neulich auch mit einem Kollegen, ich weiß nicht, ob ich mit dem ausgetauscht habe oder habe ich irgendwas gesehen und ich weiß nicht mehr genau, der hat das auch gesagt, äh, dass das, ähm, ich glaube, das war ein YouTube-Video, das ist immer alles, alles braucht ein Label heutzutage, so, das ist, das ist nicht mehr Mann, Frau, meinetwegen noch Mann mit Frauenkleider oder meinetwegen auch noch non-binär, nein, das muss dann noch Flux-binär, Pieps-Bups-binär, äh, äh, keine Ahnung, es werden zigtausend Labels gebildet irgendwie und, und, ähm, ja, keine Ahnung, äh, Pseudogeschlechter oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, also noch ein Label, noch ein Label, wo, ja, früher mal einfach gesagt hat, ja, das ist vielleicht ein Mann, der auch mal gerne Frauenkleider einzieht oder ich weiß es nicht oder, ich meine, es gab es ja früher auch schon, es hatte nur nicht diese vielen Labels, so, ne, und jetzt weiß ich nicht, ich, jetzt müsst ihr sagen, das ist gut oder schlecht, ich, ich finde es bemerkenswert und auch diese Bereitschaft, also früher war man ja auch, wenn man so ein Label bekommen hat, war das ja auch so, ah, scheiße, ich habe jetzt dieses Label so, ne, also nehmen wir mal, also gerade bei diesen etwas weicheren Diagnosen, sage ich mal, wie zum Beispiel ADS, also das kann natürlich auch eine super handfeste Diagnose sein, aber oft ist es auch so ein bisschen was Weiches oder Hochsensibilität, ich meine, das gibt es ja ähnlich als Diagnose, aber, ähm, so Sachen, äh, früher war dann, oh, scheiße, ich habe so ein Label, Kacke, was mache ich denn jetzt und heute wird es so, fragen das viele Leute vor sich, vor sich her, wie so ein, wie so ein Badge, habe ich so das Gefühl, so, ich, ich habe, ich habe das und das, ne, ich habe, äh, ja, um, äh, keine Ahnung, um vielleicht so einen Versuch besonders, also nicht, dass die nicht auch irgendwas haben, also, Leute, ich verstehe absolut, wenn man wirklich sauber gemachte Diagnosen gibt und man wirklich, es einem nicht gut geht und man soll mal in die Hilfe bekommen, verstehe mich ja jetzt nicht falsch, ne, aber ich wundere mich, wie viele Leute das so nach außen, tragen auch teilweise um sich, das sehe ich auch viel, weil, bei, bei so YouTube Beef, ja, ich konnte mich ja nicht anders verhalten, weil ich habe ja, ich habe ADS und deswegen konnte ich nicht anders oder so, ne, oder so als, als Entschuldigung, so, ne, also ich kann ja nicht anders, so, wo ich so denke, boah, schwierig, ne, aber, und das sehe ich das überall, das, äh, man, das gab es schon immer, dass Menschen, also, Zeiten werden ja auch immer ungewisser, unruhiger, äh, spürt man auch, es hängt immer, glaube ich, noch um, so, diese Corona-Zeit uns hinterher, so, und, ähm, und, und dann, dann sucht man so nach Anhaltspunkten und so vielleicht auch nach Labels, so, dass man, man spürt vielleicht so ein luminoses, unruhiges Gefühl, dass irgendwas nicht gut ist oder dass man irgendwie nicht richtig happy ist und das kann ich total verstehen, dass man da so nach, ähm, nach Antworten, so, das muss doch letztlich jeder mit sich selber ausmachen, nur, ähm, eins, eins möchte ich ganz klar sagen, also, die, die, die Seele, die ist unendlich, und die Ausdrucksmöglichkeiten eurer Seele, die sind unendlich und lasst sie nicht einschränken durch irgendwelche Labels, so, ne, also, also, wenn du zu dir sagst, äh, ich bin ein eher introvertierter Mensch, okay, aber, ne, wenn es was bringt, alles klar, ne, aber lass den jetzt, lass dich nicht einschränken, dass von außen jemand kommt und sagst, du bist so und so, du bist introvertiert, du bist fluxvertiert, du bist, äh, ich weiß nicht was, und dann denkst du darüber nach und dann wird dieses, das wissen wir aus der Psychologie tatsächlich, massenhaft, dass wenn jemand kommt mit einem Label, dass du dann dich anfängst, nach diesem Label zu verhalten, ne, so, und deine, und die Ausdrucksmöglichkeiten deiner Seele eigentlich einschränkst in diesem Moment, ne, anstatt, äh, zu sagen, hey, ich kann, äh, kann mich in jede Richtung weiterentwickeln, ne, also, vielleicht ist, manche ist leichter, manche ist schwerer, okay, aber das wissen wir zum Beispiel aus, ähm, Untersuchungen in Schulen, wenn ein Lehrer davon ausgeht, dass ein Kind nicht intelligent ist, dann ist, wird dieses Kind nach halbem Jahr, einem Jahr, wird weniger intelligent sein, das ist wirklich, das ist eine der krassesten Sachen, die ich echt hier gelesen habe, so, ähm, warum, weil dieser Lehrer dann auch diesem Kind entsprechende Aufgaben gibt, beziehungsweise Aufgaben gibt, die zum Beispiel super leicht sind und wo das Kind dann lernt, boah, ja, ich, ja, ich hab's echt nicht drauf, sonst würde ich ja nicht diese leichten Aufgaben kriegen, so, äh, und sich entsprechend auch nicht mehr, nicht mehr anstrengend und dann auch wirklich weniger intelligent ist nach einer Zeit, so, ne, also, insofern, ähm, ja, also, bei allem, was da so draußen ist, wirklich, behalten einfach einen gesunden Menschenverstand, ich meine, ich weiß, dass es in dieser Welt schwierig, weil auch viele, ähm, Sachen, die jetzt weit verbreitet sind, kann man vielleicht nicht nachvollziehen, und, oder, oder, man kann, weiß ich nicht, ich weiß, das, wo gibt's überhaupt noch Sicherheit, ich weiß es auch nicht, ähm, aber, und wenn, wenn euch Sachen Spaß machen, irgendwie, und, und ihr das ein bisschen mit zwinkern in den Augen euch anguckt, äh, solche Geschichten und, und, und sie euch vielleicht in irgendeinem Erkenntnisgewinn bringen, das war alles gut, irgendwie so, ne, aber nehmt's nicht zu wichtig, so, das würde ich mal sagen, und lasst euch davon nicht einschränken, so, ne, und, weil das sehe ich halt sehr viel, das ist, ja, das ist eben nicht zu Empowerment führt, sondern eher zu, dass man sich einschränkt, so, ne, naja, was denkt ihr dazu, äh, schreibt's in die Kommentare, mein englisches Buch, ist es, englisches Buch ist übrigens auf dem Markt, heißt decoding love, falls ihr englische Leute kennt, ist eine Übersetzung von dem Liebescode, ähm, ich pack's gleich nochmal drunter, und, ähm, ja, wenn ihr weitere Themen habt, schreibt's in die, äh, Kommentare oder beim formelaufliebeschiff.de oder wenn ihr Fragen an mich habt oder wenn ich mal wieder ein Live machen soll, äh, oder, 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 und wir sehen uns mal wieder, ciao, ihr Lieben.